Könnte doch noch der Ausgleich geben. Yara, seine Distanz, aber abgeschirmt. Von Haska. Yara. Tor! Und was für ein Tor! Oh, wie der Ball unter die Laste knallte. Wir werden es gleich in der Wiederholung sehen. Ein Traumtor, ähnlich so schön. Hier haben wir es, ähnlich so schön wie die Gagetina. Der Schneckl von Haska hebt den Ball hinein. Und Wolle knallt für die Jahre den Ball ins Kreuzfeld. Ein Bomben-Tor, eins zu eins.